Musik Morgen sollten Sie unbedingt die Sonne genießen. Denn einen Tag später werden bereits Gewitter und Regen auf uns. Der Mittwoch bringt aber noch einmal Sonne pur bei Höchstwerten von angenehmen 23 Grad. Musik Am Mittwoch scheint die Sonne den ganzen Tag. Zum Mittag hin steigt das Quecksilber von 10 Grad auf Höchstwerte von bis zu 24 Grad. Es zeigen sich auch mal ein paar wenige Wolken am Himmel. Die haben sich aber zum Abend hin wieder verzogen. Der Donnerstag beginnt sonnig, es sind aber auch Wolken zu sehen. Später kann es sogar zu Gewittern kommen. Am Freitag sind auch ein paar Wolken von Donnerstag übrig, die abends aber wieder verschwinden. Der Samstag bringt den ganzen Tag über Sonne, nachts regnet es. Musik